Was zum... Warte... Oh... Ähm... Ich kann auch... Ich verlabere mich halt ein bisschen, aber sonst kann ich nicht so viel sagen. Oh, cool. Ach, Alter! Ach... Ach, Hara! Ach, Alter, Fick... 10 Minuten schon. Bobe... Ich versuche... Wieso legt sie ihn da auf die Fresse? Hm? Komm her! Komm her! Wieso legt sie ihn da hin? Mach mir halt... So... Hm... Jetzt versuchen wir nochmal einen schönen Looping... Aber ohne die... Schafft er nicht. Ich meine, das ist schon so... Warte... Ähm... Gibt's ja... So einen Looping gemacht. So einen... New... 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 Ich glaube ich lass es so... Okay, versuchen wir mal... Bom... Okay, jetzt wird wahrscheinlich... Gleich der erste Part zu Ende sein. Deshalb verabschiede ich mich... Ach komm, Fick dich! Verabschiede ich mich schon mal auf meinen ersten Part. Tschüss! Warte... Lass es weiterlaufen. Wieso stürzt er da ab? So... 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 Los! Täusch mich nicht, du scheiß Line Rider! Line... Reiter! Ja! Ist es irgendwo da? Wo liegt sie denn? Da... Okay... neuerhaft? Ich mag das vom Meere... Maarしろ! Roc se час rushe! Oder, oh boy... Oh boy... Oh boy... Oh boy... Oh boy... Das wollte ich nicht... Nämlich Sting nicht. Wollte ich nicht... Okay, zweite Part beginnt... Hallo, hallo, hallo.. 낙 yasallerlinken hier... Ähm... Ich glaube da vorne hat schon das leiser�. aber wen interessiert ja ja okay ich versuche immer eine strecke pro aufnahme zu machen weil irgendwie wenn ich das speicher ist nur meine erste strecke gespeichert ich habe mir mal hier jtr 17 ähm kirkuit piste äh 0 1 bin ich das jetzt safe fick dich offenbar scheint es zu gehen kann ich ja also schöner hier ist grüne zu Verschönerung in der Hand Wolle ja dass es schöner aussieht ja ist jetzt nicht der Kocher aber geht machen wir dann mal hm da würde ich gerne was ausprobieren würde ich gerne was ausprobieren dafür machen wir mal die Fahne weg ach das ist zu steil ich will hier noch ein Looping drum und dann vielleicht hier eine Auslaufbahn und dann ein Ende keine Viertel lang das braucht ich nehme hier schon 12 Minuten auf und habe erst so wenig fuck das ist zu steil ich brauche hier länger so ich will hier so groß so groß ja machen mach mal mal so 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 hm fuck Kann ich? hh hm 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 Auf jeden Fall schaffst du es soweit Ich lege es dann halt auf die App. Kann ich so zum Beispiel machen, dass es hier so durchfliegt? Hm, ich würde hier so gerne machen. Machen wir mal... Äh... Nein! Böses Ding! Pfui! Aus! Das sieht scheiße aus. Äh... Ich finde es blöd, dass sich manchmal automatisch die Strecken miteinander verbinden. Das sieht auch scheiße aus. Miteinander verbinden... Ich könnte auch die Line Rider voll besser spielen, aber... Ich spare gerade auf dem PC. Auch wenn da neue 3DS raus ist. Spare ich auf dem neuen PC. Okay... Okay, jetzt war es nützlicher. Dann... Machen wir mal... So... 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 Ich... Denk das geht nicht. Fuck... Ah... Ah... Los, Rhyna... 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 Rhyr... Das schaffst du! Los! Loooo... Das geht schon mal nicht. Ähm... Ähm... Da muss ich es zu lassen, äh... Ähm, dann machen wir mal ein bisschen größer. Fuck. Ich will die Maus wieder ausgeblendet haben. Ach, ist jetzt egal. Ah, jetzt ist sie wieder ausgeblendet. Gut. Ähm, dann... Nein, das will ich nicht. Ich mag den Stift nicht so. Ähm, dann mache ich hier. Ja, dann machen wir. Mehrzahl, Plural und so. Ha, ich weiß nicht, ob wir haben. So müsste es so sein. Da oben rechts in der Ecke kann man auch schön sehen, wie viele Linien... Jetzt mache ich mal eine Linie. 19. Ähm... Ach, ich weiß nicht. Ist, weiß ich nicht. Ist ja cool, ich mache so Schnecken-Nudeln oder so. Ich lasse es einfach nur bis hier. Ach... Ich kann dann nur sagen, ich bin nicht happy, auch wenn man es mir nicht anmerkt. Ich kann jetzt... Ich kann jetzt... Wirklich... Ach, Mann ey, mir ist jetzt so kalt, ey. Uuuuuh... Kann ich hier also wirklich eine Schnecken-Nudel machen? Ich muss da... Oh, ich weiß... Ich will... Ich bin nicht so kalt... Mh, dann machen wir mal eine Schnecken-Nudel... Oh, ho, 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 ho... Boah, 100 Einlinien! Boah, ich bin so cool. Nee. Ähm... Ähm... Was ist... Seht ihr das? Das sollte nicht so sein. Aber egal. Nervt ja keinen außer mich. Das ist egal. Da hört man irgendwas läuten. Also... Shit, da hab ich jetzt kleines Problem.